Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr über WhatsApp Schreibnachrichten, Sprechnachrichten und Bilder und Videos verschicken könnt. Zuallererst machen wir unser Handy auf, dann gehen wir auf WhatsApp Nachrichten, dann suchen wir uns die jeweilige Person aus und dann schauen wir der Cursor. Wir klicken auf den Cursor auf Nachrichten und verschicken, schreiben eine Nachricht und verschicken sie dann mit dem grünen Pfeil. Wenn wir eine kurze Sprechnachricht schicken wollen, müssen wir auf das Mikrofon ganz rechts außen draufhalten und dann beginnen zu sprechen. Sobald wir mit unserer Message fertig sind, lassen wir aus und es wird automatisch verschickt. Wenn wir eine längere Nachricht sprechen wollen, können wir das so machen, indem wir hier draufklicken. Das Ganze hier rauf ziehen und jetzt können wir reden. Ihr seht, die Sekunden werden angezeigt. Sobald wir fertig sind mit unserer Message, drücken wir auf den Pfeil und die Message wurde versendet. Wenn ihr Bilder oder Videos verschicken wollt, dann klickt ihr auf die Büroklammer. Hier haben wir dann für mehrere Funktionen. Hier klicken wir auf unsere Galerie und da können wir dann ein Foto auswählen und mit dem grünen Pfeil wieder verschicken. So, das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss! Deine ... Vielen Dank.